Hallo und herzlich willkommen zurück zu Aroach! Heute mit Mercy, die aus irgendwelchen Gründen nur den Standard-Skin hat, aber ich habe den Siegesgöttin eigentlich. Keine Ahnung warum! Ich habe einfach den normalen Skin. Keine Ahnung. Ja, okay. Neue Mercy, schauen wir mal. Warte, wirklich? Da draußen war was? LOL! Aber gut, aber gut, aber gut. Oh mein Gott. Komm schon! D.I.Va! Du Dinge! Warum habe ich nur den Skin? Ich verstehe es nicht. Äh, D.I.Va. Ich muss dich... Ich kann dich nicht hochheilen. Okay. Äh. Oh mein Gott. Ich habe das fast vergessen, dass ich ja... Äh... ...ressen kann. So. So. Was ist der Fick? D.I.Va! Ich muss schon zusammenbleiben, wenn... ...ich die Ulti habe. Schön! Und weg! Schön! Gehen! So wie es sein muss, ne? Alter, ist das wirklich... Ist das neu? Oh mein Gott! Welchen schwarz? Keine Ahnung! So, gut. Geht wieder. Gehen! 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 Oh, wow. Das Team, ey. Gehen! Ich kann auch nicht alles töten. Ne, äh... ...retten. So. Alter! Autsch! Da habe ich irgendwas in die Fresse gekriegt. Ganz schon! Heilen, 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 heilen! Gehen! 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 Oh mein Gott! Ah! Oh mein Gott! Ja, ja, ja! Fuck! Nice! Nein! Ah, verdammt! Das erste Mal, dass ich gestorben bin! Nice! Haha! Zwischendurch muss ich mal schauen... Warum... ... der Skin nicht angezeigt wird! Das ist so... Warum? Verstehe ich es nicht! Ich möchte nicht den Standard-Skin haben! Ich habe den coolen... ...coolen Skin! ... ... ... ... ... ... ich bin nicht mehr am feier macht das dagegen oh mein Gott das ist eine Mine okay 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 verdammt tatsächlich laufe ich ein ihr bewegt euch christisch falsch aber egal ah verdammt ja ist ja gut Genji ich kann auch nicht alles tun oh mein Gott ouch verdammt verdammt McCree stirbt zu viel alter wie 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 ist der Junkrat dort nach oben gekommen das 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 habe ich jetzt alter zum fick ist der da der stand einfach aufm Türrand verdammt back haben wir gewonnen wir haben gewonnen wir haben gewonnen schön ok warum habe ich den skin direkt gleich Recherche nach dem Video kommt Recherche oh man und jetzt töte der mich noch ich flieg einfach rein ich fühl mich fast 50% Team Schatten gehalt ne ok Recherche Heldengalerie Beweis Siegesgöttin was zum fick ausrissen schau mal trennungsbereich da sieht man sie haben ansonsten nehme ich halt einen anderen skin jetzt geht's ne bin wieder das ist ein fick warum Lizard ich verstehe es nicht äh ist das mit jedem skin ist der nicht kompatibel mit dem Patch oder so weiss es nicht äh ich schau jetzt auch nochmal nach mit einem anderen skin also der Auswahl Dings war ja da der geht ok hm das ist schade ich mag den Siegesgöttin skin aber gut da kommt jetzt die zweite Runde alles gleich ok nächste Runde wieder Mercy keine Ahnung warum wahrscheinlich ist äh der Skin nicht nicht kompatibel mit äh den der neue Ulti oder so also ich setze mich hier hin hab Spass so los geht's warum steht die Trace eigentlich hier nicht grad so optimal nicht grad so optimal aber gut du weißt nicht was du flanken musst Trace aber die Goldwaffe soll sie ja eigentlich wissen oh wow oh wow oh my god wuf warum sterben da alle da vorne äh ich hab noch Cooldown tut mir leid ich hab so das Gefühl irgendwie ist sie ein bisschen buggy die neue Mercy mach was alter du bist warum ich frag besser nicht schon schießt jetzt nicht mehr jetzt kannst du wieder schießen komm schon ah gut äh Reaper ich stehe jetzt da ein bisschen komisch rum ok ok da ist sie geh weg geh weg da sterb doch wo ist der ah da hinten ich hab ihn getroffen geh auf den fucking Punkt ähm hm nicht so gut nicht so gut hm schaffen wir das ne das schaffen wir nie ja da geht rauf hm aha es waren alle tot ah schon danke geht auf den fucking Punkt oh mein Gott oh mein Gott komm schon hm aber ich hab wenig tank das ist wichtig im Moment im verteidigen da wir eine tracer haben die im defn eigentlich nicht grad viel bringt aber egal so so ah wat komm schon ich flieg mal so ich flieg mal so ein bisschen rum so ich flieg mal so ein bisschen rum das war ein bisschen knapp das war ein bisschen knapp ich hab bald ich hab gleich reich reich nicht mehr oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott mach die Sniper weg mach die Sniper weg das ist dein Job in der fucking ernst oh mein Gott 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 oh meine Gott oh mein Gott Hilfe! Oh mein Gott, ich hab nen... Ich hab nen Erfolg. Das war jetzt aufregend. Ich komme! Oh, ich hab nen Cooldown. Verdammt! Das ist ja riesen Cooldown. Ich kümmere mich um dich. Hi! Wuhu! Alter! Frames! Wo sind sie? Äh, okay. Warte, was ist los ey? Die Frames sind grade am... Ausrasten. Was? Verdammt! Ich komme grad nicht so klar. Irgendeine Frames. Was? Wut? Schön! Aha! Hi! So, ciao! Haha, er hat Angst. Aber wer hört das so gut, wie er rumrennt? Ich hab dich bekommen! Ich kümmere mich um dich. Äh, ne, mach ich nicht. Huch! Oh, verdammt! Verdammt! Heilen! Heilen! Oh Gott! Verdammt! Ah! Nein! Verdammt! Okay, okay! Komm ich da hin! Ne, ich muss dich! Das ist wichtiger! Ich brenne wieder! Wuhu! Alter, die neue Mercy, die macht so fun und fun. Komm schon! Verdammt! Ich hab die Cooldown vergessen! Shit! Hab ich eine Ulti? Ah, das ist ein Spass! Ah, ich liebe die neue Mercy! Ich liebe sie, das ist so gut! Ne, 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 ne! Oh Gott! Komm schon! Dude, dude! Kannst du knicken? Fuck! Shit! Fast! Aber wir machen das gut! End auf den Punkt! Komm schon! Dude, dude! Reaper! Oh Gott! Das ist mir geil! Also der Rest, da gibt es so viele Punkte! Oh! Okay! 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 Ja, 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 ja! Ich hätte Ulti! Es tut mir leid, wenn ich so ruhig bin und shit! Aber... Ich hab Spaß! Trägt grad nix, die Ulti, aber... Bleibt zusammen! Wuhuuu! Ah, das... Das war... Super Runde! Ah, ich werde Club's Mercy main! Das macht Spaß! Ah, kein Play of the Game! Was? Ich hatte doch so... Ich hatte doch so... Ich war doch grad so gut! Okay! Hat er grade... Aber sie haben es trotzdem nicht geschafft! Das ist doch schlecht! Alter! Komm schon! Gib mir das! Oh! Ah! Schön! Gefällt mir! Gut! Dann war es das für heute! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Schaltet euch beim nächsten Mal wieder ein! Ich weiß, es ist kein Fernsehen, aber egal! Äh... Nun. Es ist doch eine sehr gute Idee! Ich liebe dich! Ich liebe dich! Ich liebe dich! Ich liebe dich! Willst du den Lied? Mi�� Wolling? Statt! Tschüss! Ich liebe dich! Unheil! Wolling wir mal!